Oh Mensch Meister, guten Tag! Was ist denn los? Ah! 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 Was ist Ihnen denn passiert? Ja, erzählen Sie mal, was haben Sie denn hier gemacht? Ja! Ja! Ach du Scheiße, er kann gar nicht reden! Was mache ich denn jetzt? Hallo! Hallo! Ja, können Sie mich bitte verbinden? Verbinden? Ja, was haben Sie denn gemacht? Was ist denn hier passiert? Ich muss ja wissen, was mit Ihnen los ist! Ja! Ja, wissen Sie was, ziehen Sie sich doch einfach mal aus! Legen Sie die Sachen in den Wagen und dann schaue ich mir das mal an! Ja! Genau so! Oh, das machen Sie sehr gut! Ja, wunderschön! Ah! Sehr gut, sehr gut! Okay, schnell wieder hinlegen! Ja! Ach du Scheiße, Sie haben ja überall Löcher! Waren Sie in der Schießerei? Ja! 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 Ich habe auch noch eine Kugel in den Kopf! Ach du Scheiße! Ja, da kann ich überhaupt nichts machen! Ach du Scheiße! Doch! Ja, ne! Doch! Oh Gott! Ne! Verbinden Sie mich bitte! Ich kann Sie nicht einfach verbinden! Sie haben viel zu schwere Verletzungen! Ich kann Ihnen... Mit einem Verband! Sie sind ja ein... Medic! Sie haben das! Achso! Ja, aber Sie müssen wissen, ich bin gar kein richtiger Medic! Ich habe gar kein Verbandszeug dabei! Hm! Was machen wir denn jetzt? Achso! Ja! Warten Sie mal! Warten Sie mal! Ich habe da was! Ah! Wo sind Sie denn? Ach da! Ja! Ich habe von der Kollegin ein paar Tampons bekommen! Ja! Die kann ich Ihnen in die Löcher stecken! So! Das hilft dann auch sofort gegen die Blutung! Ja! Oh Gott! Ja! Das höre ich immer wieder! Können Sie mein Auto reparieren bitte? Ja! Ja! Sollte ich mich nicht erst mal um Sie kümmern! Nein! Das ist okay! Nein! Das ist okay! Ja! Können Sie das sagen? Sie sind ein sehr tapferer Junge! Ja! Ja! Wenn Sie mir nicht weiterhelfen können dann... Ja! Ich würde Ihnen sehr gerne helfen! Ja! Natürlich kann ich Ihr Auto reparieren! Dann verbinde mich bitte! Nein! Verbinden! Also! Hm! Ja! Wo tut es denn weh? Was haben Sie denn gemacht? Im Rücken wahrscheinlich! Überall! Überall! Keine Unfall gebaut! Achtu Scheiße! Doch! Keine Schießerei! Huh! Ja! Unfall gebaut! Ach! Ne! Ne! Da kann ich nichts tun! Und das Auto... Überall! Mein Auto bitte! Ach! Ach! Das ist ein total Schaden! Das muss ich abschleppen! Tut mir leid! Nein! Du... Ja! Ist okay! Lass uns das stehen! Achso! Ja! Ich würde Ihnen so gerne helfen! Was machen Sie denn da? Ja! Anna! Kommen Sie mit? Ja! Ich komme mit! Was tun Sie denn da? Zeig das zu groß! Ja! 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 Ich gucke mir das mal an! Kein Problem! Tut das nicht weh, wenn Sie sich so rumrollen! Mit den ganzen Schmerzen und so! Doch! Ja! Ach du Scheiße! Warum machen Sie das dann? Und ich mache Ihnen die Tür auf! Kein Problem! So! Bitteschön! Ja! Das machen Sie wirklich sehr gut! Oh! Jetzt siehst du das! Ja! Überraschen Sie mich mal! Ja! Ja! Das sieht sehr gut aus! Was Sie da machen! Ja! Ach du Scheiße! Ja! Sind Sie Arzt? Hm! Und jetzt? Das haben Sie ziemlich professionell gemacht! Wow! Ich bin beeindruckt! Und jetzt? Ja! Haben Sie noch einen Trick auf Lager? Ach du Scheiße! Was ist das denn? Jetzt nehmen Sie das! Nehmen Sie das! Ja! Das ist für die anderen Leute zu helfen! Das ist ein Verband! Achso! Achso! Das sind Verbände! Ja! Achso! Warte! Ich nehme mir das mal! Ich nehme mir das mal! Du musst immer kaufen! Das musst du dann die Leute machen! Wenn man einen Unfall gemacht hat! Achso! Sie sitzen da rum und sie verbluten dann! Und dann stämmen sie schon wieder! Ja! Das wusste ich auch gar nicht! Mensch! Haben Sie mal dran gedacht Arzt zu werden? Sie könnten jeden Mengen Leuten das beibringen! Ja! Ich will auch gerne Arzt sein! Na ja! Ja! Das hätten Sie wirklich voll drauf! Ja! Das haben Sie sehr gut gemacht! Sind Sie auch technisch versiert? Meinen Sie könnten auch das Auto reparieren? Ja! Ich kann es auch! Ja! Ach du Scheiße! Sie können ja alles! Ich war in einer extra Schule! Achso! Sie müssen unbedingt mal Arzt werden! Da könnte man sie sehr gut gebrauchen! Warte! Ich habe jetzt einen Reifen drin! Ja! Und dann habe ich meine Schraube! Ach hier! Und meinen Bohrer! Ja! Ach Herr Jett! Die haben ja alles! Guck mal! Guck mal! Hier habe ich auch eine Scheibe drin! Weil ich anderen Leuten helfen muss! Aha! Oh! Sie sind ja für alles gerüstet! Ich bin beeindruckt! Ja! 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 Also das haben Sie wirklich sehr gut gemacht! Ich habe viel gelernt bei Ihnen! Vielen Dank! Tschüss! Dankeschön! Ja! Das habe ich... Also ich danke Ihnen! Ich habe ja nichts gemacht! Doch! Ich habe ihn verliebt! Achso! Ja! Guck was ist noch hier im Auto eingebaut! Ja! Zeigen Sie mal! Eine Hupe! Ach du Scheiße! Die geht ja wieder! Ja! Ja! Haben Sie auch Licht vorne? Ja! Ja! Haben Sie tatsächlich! Hm! Achso! Als Sie hier gegen gefahren sind, waren Sie eigentlich angeschnallt? Ja! Ja! Und dann haben Sie so einen Schaden bekommen! Ach du Scheiße! Dann waren Sie viel zu schnell! Viel zu schnell! Ja! Es war gerade in einem Notfall! Sorry! Achso! So lange! Da war ein Notfall! Ja! Mussten Sie zu einem Einsatz fahren oder so? Ja! Jetzt muss es! Ich muss dann auch hier weiter! Achso! Na gut! Tschüss noch! Machen Sie es gut! Tschüss! Und fahren Sie langsam bitte! Egal wie eilig Sie es haben! Gut! Ciao Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020